Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play L.A. Dury. Ja, wir haben ja in der letzten Folge den Einsatzbefehl bekommen, dass es irgendwo eine Schießerei gegeben hat oder gibt. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu dem Punkt. Ich glaube, wir sind schon vorbeigefahren. Geht auch weg. Wieso sollte ich auf die Ischen aufpassen, wenn ich mit Sirene hier durchlaufe? Oha, jetzt geht's los. Deckung, Deckung. So. Jetzt gibt's was. Ach, naja. 1 zu 0. 2 zu 0. Na, jetzt verdrücken sich die ganzen Weiche Eier hier in der Bank oder was? Wo verstecken sie sich denn? Na, du läufst hier schon raus. Da ist einer. 1 zu 0. 2 zu 0. 2 zu 0. Ah, shit, so. Nachladen, da kommt, wo seid ihr denn hier? Na, wir müssen Positionwechsel machen oder erstmal nachladen. Shit. Das war schlecht. Oh Gott, das war noch schlechter. Oh Gott. Da haben wir ja gerade richtig verschissen. Jetzt erstmal in Deckung gehen. Und Ausschau halten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da hinterher verstecken sie sich. Ach, das ist der Nachteil an der Schwurt, bitte. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Deckung, Deckung, Deckung. Zack. Kann ich hier vielleicht irgendwie die? Give me some cover. I'm getting hammered here, Phelps. So. Oh oh. Da oben hat gerade jemand. Autsch. Leg dich nicht mit Phelps und seiner Low-Range-Rollfrente an. So, ja. Das ging doch schon mal hier wild her. Die erste Schießerei hier in L.A. Haben wir mit Rolf und Phelps gemeistert. Und ja, das war das kleine Schieß-Tutorial, könnte man fast sagen. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Einspann. Ich bin gespannt, was es da erwarten wird. Viel Spaß. Diese Art der Möglichkeit kommt einmal in einem Leben, Hank. Ich muss es überraschen. Du musst es zuerst überleben, Colt. Hier sind die Veteranen. Die Jabs lieben die Schuss-Officer. Wenn ich mich für mich in dieser Krieg machen kann, mein Zukunft. Ich denke, dass ich eine Firma von der Lieblings-Empereinheit in der Schuss-Empereinheit ziehe. Du siehst nicht den Sergeant York-Type zu mir. Wenn ich deine Meinung brauche, Kelso, ich will es fragen. Ich will es fragen. Ich spreche über Officeren, wie du im Bootcamp, Colt. Sie nennen es das Custer-Syndrom. Leute, die überraschen, träumen von Fahne und Glorie und werden alle ihre Männer in dem Prozess getötet. Unsere Aufgabe ist, zu leiden, Kelso. Und ihre Aufgabe ist, zu sterben für dein wunderbarer Zukunft? Also unser Phelps ist wohl sehr pflichtbewusst und nimmt seine Armee-Rolle anscheinend sehr, sehr ernst. Ich bin gespannt, was uns jetzt in den nächsten Teilen so erwarten wird mit der Vergangenheit von Phelps. So, offenen Hoff-Befehl. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Er erwarten wird, nee, erwarten wird. Okay. Wir sind ja mit Ralph unterwegs. Jetzt fährt mal Ralph, nicht ich. Sonst würde ich hier noch mehr kaputt fahren. Okay. Oha, jetzt hier. Verfolgungsjagd. Mit Sprinten. Na los. Zack. Oh, Muldeimer. Ne, Müllwagen. Oh, ich würde ihm jetzt Gehfehler geben. Da vorne kommt Ralph mit der Karre wahrscheinlich. Ja, das hat ja klasse geklappt. Auf, äh, anhalten oder schieße. Treff bloß nicht mich. Sonst gibt's was. Randall heißt der. Ouch. Oh. So, komm. Jetzt hier hoch, jetzt hier hoch, jetzt hier hoch. Na, wo ist er? Na, wo ist er? Da läuft er lang. Lauf. Lauf, lauf. Oh Gott, oh, das war knapp. So. Irgendwann muss ich doch jetzt hier. Zack. James Bond. 007. Es gibt keinen Ausweg mehr, aber ich bin nicht mehr gespannt. Hä? Oh, ja, ja, klar. Och, ja, na, Kampf bin ich ja. Na los, komm her. Der wird das gleiche widerfahren, wie dann im letzten Part mit Arrow Schröder. So, sowas lasse ich nicht mit mir machen. Nix, links, rechts. So. Selbst schuld, würde ich sagen. Wie geht's, Wendell? Und der dritte Einspann. Jetzt sind wir hier am Marschieren, oder sind wir jetzt am Offiziershaus. Okay. Dann schauen wir mal hier wieder rein. Die Entscheidung will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you're on the floor. Esprit de corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not kid involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Ja, der muss wohl noch ein bisschen lernen, an Offizier zu sein, wenn du nur die schlechtesten Punktzahl bekommst und ich weiß gar nicht, wie wir abgeschnitten haben mit Phelps. Kauf auf eigene Gefahr. Mal gucken, was uns jetzt hier erwarten wird. Oha, was geht jetzt hier ab? Wieder Schiss zu hören. Oh, joa. Da sind wir wohl etwas zu spät gekommen. Der schlummert ja schon friedlich. So, da kommen schon unsere Kollegen. Kaffen sie alle wie die Geier. Hm, gleich gibt's was zu essen. Lecker, lecker, lecker. So, wir sollen uns den Tatort mal näher anschauen. Und, ja, das wird in der nächsten Folge von L.A. Nuri passieren. Bis dann verabschiede ich mich jetzt mit einer leckeren Person von meinen Füßen. Ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao, bis zur nächsten Folge.